Was geht ab, Freunde? Wir kommen heute wieder zu einer neuen Reaction hier auf diesem Kanal. Heute wieder eine neue Instagram-Statement-Story-Fragerunde, was auch immer Reaction. Und zwar von unserem guten Tommy, derjenige, der mir auf jeden Fall im Moment in den Folgen am meisten leid tut. Muss man sagen, das, was er im Moment zu sehen bekommt, ist auf jeden Fall alles andere als schön. Und dementsprechend ist es natürlich interessant, was er so für Eindrücke davon hat. Ganz wichtig aber, die Fragerunde hier ist zu Folge 9, also zu der vorletzten Folge und nicht zu der aktuellen, also die neueste ist ja Folge 10. Ich bin leider etwas später dran damit, weil ich warten musste, bis das in den Highlights drinnen ist, weil ich das nicht live mitbekommen habe bei ihm. Warum auch immer, aber egal, jetzt gibt es auf jeden Fall das Video dazu. Ich wünsche euch viel Spaß. Zwei Sachen noch, bevor wir anfangen. Die eine, lasst gerne ein Abo da. Würde mich freuen, wenn wir dieses Jahr vielleicht noch die 5000 Abos knacken würden. Ein lustiger Kommentar dazu war auf jeden Fall, da hat jemand geschrieben, irgendwie der Moment, wenn du von 5000 Abos sprichst und ich die ganze Zeit dachte, du hättest 200.000. Sehr nicer Kommentar. Ich weiß nicht, ob die Person gerade zuschaut, aber sehr geiler Kommentar auf jeden Fall. Und die andere Sache, heute kommt noch ein Video und zwar zu der neuen Are You The One Staffel, also Folge 1. Eventuell kam es auch schon, aber ich denke eher, das wird das zweite Video sein. Also dürft ihr auch nicht verpassen und damit viel Spaß hier und let's go. So, erste Frage, die wir hier haben. Hast du durch Temptation Island an die Gerüchte über Sandra bei X on the Beach gedacht, ob da doch was Wahres dran ist? Gute Frage auch. Ihr seht jetzt natürlich die Antwort schon, aber gute Frage. Ihr könnt euch wahrscheinlich daran erinnern bei X on the Beach, wo die sich ja auch kennengelernt haben. Da gab es ja Gerüchte über Sandra. Ich will die jetzt gar nicht wiederholen. Ja, aber es ist tatsächlich eine gute Frage. Er sagt dazu, nein, Gerüchte von davor interessieren mich nicht. Was mich interessiert ist, wie es sie mit mir ist. Auch eine gute Einstellung dazu. Also ich glaube, das ist schon echt schwierig, sowas trennen zu können, weil das dann irgendwie automatisch in einem hochkommt. Aber umso besser, wenn man das trotzdem dann so reflektiert sieht, muss man sagen. Ich glaube, ich würde das nicht hinbekommen. Dann die nächste Frage. War es sehr hart für dich, die neunte Folge jetzt nochmal anzuschauen? Also hier geht es ja um Folge 9 noch, ne? Wie ich am Anfang meinte, noch nicht Folge 10. Dazu wird bestimmt, denke ich mal, auch irgendwas kommen. Gucken wir mal. Ich bin ehrlich mit euch, jetzt wird hier mein Französisch getestet. Ja, ich hatte wirklich mal Französisch. Mes Ami. Ich glaube, das S spricht man nämlich nicht mit aus. Ich habe die Folge nicht geschaut und werde sie auch nicht anschauen, weil sie für mich nichts Gutes macht und will mir das nicht ein zweites Mal antun. Okay, wobei, wenn ich mir das so überlege, weiß ich nicht, ob was zu der zehnten Folge kommen wird. Weil ich, ja, also da ging, also ich fand die zehnte, welche war krasser, Folge 9 oder Folge 10? Nein, die sind irgendwie einfach eng miteinander verbunden. Also deswegen auch wirklich, wer die Folgen nicht gesehen hat, unbedingt anschauen. Ihr seht es an meinem Gesichtsausdruck, das darf man nicht verpassen, ehrlich nicht. Aber scheinbar guckt Tommy dann die Folgen nicht mehr an, denke ich mal. Weil, ich weiß nicht, besser wird es wahrscheinlich auch nicht mehr werden. Hättest du mit genau diesen Bildern oder ähnlichen zu dem Zeitpunkt gerechnet? Nein, ich dachte, ich kriege wieder keine Bilder, so wie beim Lagerfeuer davor. Oder Bilder, wo sie feiert, also nichts Schlimmes halt. Deswegen habe ich mich auch ganz in Pink angezogen. Ja, das, ähm, das war ja, das war auch echt mies, ne? Tommy hat sich ja erst noch gefreut und dachte so, oh, okay, da war nichts Schlimmes dabei. Das war's. Äh, hat sich umsonst Sorgen gemacht. Und dann ging es halt weiter mit dem Lagerfeuer. Und dann kamen ja erst die ganzen krassen Dinger. Also das war auf jeden Fall, muss man schon sagen, war auf jeden Fall mies. Die nächste Frage, du und Chi-Chi, beste Bromance, seid ihr auch so nach Temptation Island, Friends? Okay, seine Antwort werden wir jetzt nicht dazu sehen. Dann geht's weiter. Hast du noch erfahren, was in den Off-Minuten zwischen Sandra und Flocke passiert ist? Sehr, sehr gute Frage. Ich glaube nämlich, das lässt ihn, also er sagt ja dazu, one of life's greatest mysteries. Das heißt, er hat das natürlich nicht erfahren und das wird auch niemals jemand erfahren. Ähm, ich bin mal gespannt, ob sich vielleicht irgendjemand dazu nochmal äußert. Also Flocke oder vielleicht auch Sandra, keine Ahnung, warten wir mal ab. Wäre schon interessant, wenn man das nochmal sehen würde, was da wirklich passiert ist. Ich sag euch aber ehrlich, ich glaube nicht, dass das, also da ist jetzt wahrscheinlich kein Kuss oder irgendwie sowas in die Richtung passiert, sondern keine Ahnung, was er da genau meint. Aber ich glaube, das klingt krasser, als es dann am Ende wirklich war. Ja, deswegen glaube ich, würde ich mir auch gar nicht zu viele Gedanken darüber machen. Aber die Aussage und wie das rüberkam, auch mit ihrer Reaktion darauf, das war halt schon krass. Würdest du heute sagen, du hast damals die Teilnahme realistisch eingeschätzt? Sehr geil. Die Frage, die könnte eigentlich auch von mir kommen. Ihr kennt es ja mittlerweile, der Standardsatz über Temptation ist, ich habe Temptation Island unterschätzt. Und er sagt ja auch, ich habe es falsch eingeschätzt. Also sagen wir es mal so, auch Tommy reiht sich da ein. Die nächste Frage, bist du noch mit Sandra zusammen? Ey, da haben wir letztes Mal schon drüber gesprochen in der anderen Fragerunde. Und, ähm, also immer noch. Ich finde das jedes Mal wirklich wieder aufs Neue lustig, dass Leute immer noch diese Frage stellen. Die darf natürlich nicht beantwortet werden. Aber, ja, es ist, äh, ich bin mir auch sicher, wenn wieder eine neue Fragerunde kommt, die wird wieder dabei sein. Und ich denke, das ist auch die meistgestellte Frage tatsächlich. Dann, was hältst du von Flocke? Geil. Ich habe kein Problem mit ihm, er hat einen Job zu machen. Okay, also ich meine, Sandra hat ja mal vorgeschlagen, dass sie ja auch mal was zusammen machen können. Es scheint jetzt nicht so, als wäre das passiert und die sind jetzt Best Friends geworden. Warum konntest du dich vorher nicht verlieben? Hat es sich nie ergeben? Ah ja, genau, das meinte Tommy ja, dass Sandra die erste Frau ist, in die er sich richtig verliebt hat. Hatte damals nie wirklich das Vertrauen in Frauen und war auch sehr beschäftigt mit meiner Schwimmkarriere. Damals also war es eher schwierig. Ja, das mit dem Vertrauen natürlich, wenn man jetzt an Temptation denkt, das ist halt, äh, das ist halt, äh, das ist halt schon mies, ne? Wenn man da wirklich Vertrauensprobleme hat und dann denkt man, man hat eine Person, bei der man das nicht hat. Und ich, also ich weiß ja nur, wir wissen ja alle noch nicht, worauf das hinausläuft jetzt, ob die noch zusammen sind oder nicht. Aber irgendwie schätze ich die Chance eher unrealistisch ein. Also ich schließe es nicht komplett aus. Jetzt so wie bei Alex, da sehe ich ehrlich gesagt keine, keine Möglichkeit mehr, dass die beiden noch zusammen sind. Das kann ich mir echt nicht vorstellen. Aber, und ich denke auch ihr nicht. Also das wäre, das wäre wirklich eine, eine richtig krasse Überraschung, wenn die am Ende zusammen da rausgehen. Auch wenn ich jetzt trotzdem eher mal vom Gegenteil ausgehe, aber ich würde es zumindest nicht komplett ausschließen und das ist halt schon, äh, das ist schon krass, wenn du dann halt eine Person hast, bei der du denkst, das ist anders. Dann kommt Temptation und ihr scheitert da einfach dran. Würde ich sagen, ist jetzt auch für die Zukunft, für das Vertrauen wahrscheinlich nicht unbedingt, ähm, fördernd. Ist es eigentlich weit von der Villa zum Lagerfeuer, wirkt immer wie eine ewige Fahrt im TV. Geil, sehr gut, dass das auch mal endlich beantwortet wird. Wenn die losfahren, ist es irgendwie immer hell und wenn die dann da ankommen, ist es dunkel. Also kommt das immer so rüber, als würden die da irgendwie, keine Ahnung, zwei Stunden oder so unterwegs sein. Äh, er beantwortet das jetzt und zwar, die Fahrt an sich ist sehr lang, ja, aber auch, weil du ständig am Nachdenken bist, im Van ist, äh, ist diese Fahrt schrecklich. Ich glaube, sowas müsste man wirklich mal richtig miterleben, dass man davon ein, ein richtiges Bild hätte. Also so ganz schlau wird man jetzt durch die Antwort auch nicht. Aber, ja, auf jeden Fall lustig, dass das gestellt wurde. Wo wurde Temptation Island gedreht? In Portugal. Das, glaube ich, wussten wir ja schon. Dann geht's hier nur noch weiter mit, äh, Bildern, Videos und so weiter. Und ich glaube, das war's auch schon mit der Fragerunde, Freunde. War jetzt nicht übermäßig lange, aber ich würde sagen, alle wichtigen Fragen, also was heißt alle wichtigen Fragen, aber auf jeden Fall zu Folge 9 wurden soweit ganz gut beantwortet. Ich hätte jetzt keine Fragen mehr gehabt, ich hoffe ihr auch nicht, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Checkt natürlich unbedingt die Reactions zu Temptation Island ab, also ganz wichtig, sind natürlich alle schon online. Genau, was ich auch unbedingt sagen wollte, heute kam schon ein Video oder kommt noch ein Video, ich bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall hat ja auch eine neue Staffel von Are You The One angefangen und das gucken wir uns auch an. Also da wird heute die erste Folge kommen, morgen eventuell schon Folge 2 oder vielleicht auch erst in den nächsten, ja, ein bis zwei Tagen müssen wir mal gucken. Aber Are You The One auf jeden Fall auch wieder am Start und, äh, ja, ansonsten natürlich die ganzen anderen Formate kommen auch weiterhin. Lasst ein Like und ein Abo da, folgt mir bei Instagram und wir sehen uns später wieder mit dem nächsten Video. Bis dahin, Freunde, ciao.